Wir sind heute bei dem ersten Schritt auf dem edlen achtfachen Pfad. Die rechte Erkenntnis oder auch die rechte Einsicht. Diti, also Diti, Sama heißt immer das Rechte, Sama heißt auch das Höchste, das Rechte, man könnte auch das Eble sagen, man könnte auch das Echte sagen, Sama, wenn es das Höchste ist, ausdrücken. Und Diti ist für sich Ansicht. Und im Großen und Ganzen sagt der Buddha, es gibt unwahrscheinlich viele Ansichten, die die Menschen haben, und er meint, sie sind eigentlich alle falsch, wenn sie darauf pochen, das ist die Richtige. Dieses Pochen, meine Ansicht ist die Richtige. Ich sage, das geht nicht. Auch Ansichten müssen sie ständig wieder wechseln, erneuern, müssen flexibel sein, denn jede Situation braucht wieder etwas Neues. Da kann ich nicht fixiert da immer nur in eine Richtung gehen. Also Sama Diti heißt die rechte Ansicht. Und wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, dass das Erste ist, was man erkennen soll, also Einsicht, dass Körper und Geist nicht dasselbe ist. Weil so oft, das ist doch eine Einheit, das ist doch alles dasselbe. Es arbeitet zusammen wie eine Einheit, funktioniert zusammen wie eine Einheit, ist aber etwas Getrenntes. Und man kann es daran merken, wenn ich zum Beispiel der rechten Fuß spüren, spüren sage. Rechten Fuß kann ich sofort denken, ist ganz klar. Aber das Wahrnehmen, merkt jetzt, muss erst etwas zurückkommen, muss erst mal eine Zeit dauern, muss es zulassen können, dass mir der Fuß sozusagen die Rückmeldung macht. Dass ich wahrnehmen kann, das Gefühl. Also ist da der Kopf und da ist das das Spüren im Körper. Und ich hatte doch heute Morgen auch das Körper und Geist. Ach so, mit der Hand und das Denken und die Hand, die was tut. Verändert euch. Eine Hand, die die streichelt oder eine Hand, die ein Messer nimmt, um irgendjemanden zu bedrohen. Der Geist sagt es, die Hand tut es nur. Der Körper führt das nur aus. Und da ist diese erste, ich möchte nochmal das ganz zitieren gehen. Erste Dammapada, Weg der Weisheit, die Früche, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Ganz wichtig ist, sich zu merken. Kommt aus gedrücktem Geist, dein Denken, dein Betragen, dann folgt das Unglück dir, so wie dem Ochsen folgt der Wagen. Und das zweite geht, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet, kommt aus geklärtem Geist, denn denken deine Taten, dann folgt das Glück dir nach, so wie der Sonne folgt der Schatten. Schatten. Ja, so geht das. Also ganz klar, dass man immer zuerst denkt, und dann, und aus den heilsamen Gedanken entsteht etwas Heilsames, aus den unheilsamen Gedanken entsteht etwas Unheilsames. Das nächste, ja, die Entscheidungen, das haben wir eben schon besprochen hier, dass man sich an heilsam und unheilsam ausrichten soll. Heilsam ist etwas, was keinen Schaden anrichtet, bei mir und bei anderen nicht. Wie möglich sogar etwas ausrichten, worüber sich ein Mensch freuen kann, was ihm wohl tut. Es geht nicht um angenehm und unangenehm. Das kann dabei sein, ist aber nicht das Kriterium. Angenehm und unangenehm ist immer mit unseren Sinnen verbunden, ist ganz klar, ist kurzlebig, muss immer wiederholt werden und muss möglichst gesteigert werden. Und was man Heilsames tut, baut innerlich auf. Es baut ein heilsames Karma auf. Und Karma könnten wir, ich habe immer das Schicksal übersetzt, unser Leben. Wir gestalten unser Leben mit dem, was wir entscheiden. Unsere Entscheidung ist das, was wir nachher mein Schicksal, mein Leben nennen. Und alles, was wir bisher jetzt erreicht haben und gemacht haben und jetzt sind, haben wir irgendwann mal entschieden. Oder nicht? Es kann ja sein, dass Leute immer sich darauf ausreden. Die anderen haben das gesagt. Ich musste das ja machen. Habe ich das denn nicht entschieden? Weil ich es machen musste? Habe ich das denn nicht entschieden? Ich denke, ich habe entschieden, dass ich müsste. Das müssen habe ich entschieden. Ja. Mal gucken. Und dann gibt es die Erkenntnis, dass man die vier ebelen Wahrheiten durchschaut. Und dass man sieht, dass diese vier ebelen Wahrheiten so sind, wie ein Arzt eine vernünftige Behandlung macht. Das erste ist die Diagnosestelle, dass die Krankheiten sind. So ist es. Das Leid, Luca. Das Leid sieht so und so und so aus. Alter und Krankheit und Tod und auch der Ärger und das Leid und der Kummer und all das ist die Diagnose. Das alles nehme ich Leid, nämlich Luca. Und das zweite ist, da stellt man auf, woher kommt es? Man könnte sagen, die Anamnese, was ist vorweg alles gewesen? Was kann die Ursache gewesen sein? Und die Ursache ist da ganz deutlich, das Begehren, hier Hass und Verblendung. Ich bin mir egal, ihr seid tut müde, was? Die Leidung habe ich nicht. Oh, ja. Das sehe ich von den vier ebelen Wahrheiten. Müdigkeit, so welche so ist, man soll immer noch führen, ist auch gut, war nicht? Dann merke, was Luca ist. Auch das. Wenn man eigentlich nicht mehr will und kann und soll immer noch so sein. Ah, das war die zweite Ebel, wir sind gleich zu Ende. Die dritte Ebel, die Wahrheit heißt, man kann es überwinden. Aha. Also, wann will ich gar nicht überwinden, Das wäre jetzt die Lösung. Mal kurz nochmal frisch machen, ja. Seinen frischen Anteil mit sozusagen im Kopf mal ein bisschen berühren. Da oben. hat man es immer unterkühlt, da bleibt man ein bisschen frisch. Da darf man sich auch nicht hinlegen. Hier, jetzt mal. Ja. Also, die dritte heißt, man kann es überwinden, das ist die gute, die gute Nachricht. Die gute Nachricht heißt, die Güte heißt, die gute Nachricht, ne? Und hier ist die gute Nachricht, man kann das Begehren überwinden und damit überwint man sein Leid. Also bitte. Ja. Und die vierte Nachricht ist sogar, die Praxis angegeben, wie macht man es mit dem edlen, achtfachen Fahrrad? Und da waren wir jetzt eben dabei. Die erste ist die gute, reine, klare Erkenntnis. Das Letzte, das lassen wir für ein andermal, die universelle Schau. Die kommt ein bisschen später. Denn ich merke, das ist ein bisschen viel verlangt. Da geht es auch ein bisschen in die Weite oder Tiefe, wie auch immer man das nennt. Das sind die großen Gesetze, die es gibt und die man durchschauen kann. Ganz einfach. Aber eine sage ich noch, alles verändert sich ständig. Stimmt es oder stimmt es nicht? Na gut, ich habe es schon verstanden. Das ist die wichtigste erste Schau. Alles im Leben verändert sich. Nichts bleibt, wie es ist. Es entstehen wieder Fluss der Veränderung. Na, kann man doch leicht verstehen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und jetzt verändern wir auch wieder unsere Position stimmig auf. ENDE 2 1 2 1 Es